Warum die Magensäure die Speiseröhre raufklettert und was das für Folgen haben kann, das erfahren wir heute. Guten Morgen! Säurereflux ist eine der häufigsten Störungen des Verdauungssystems. Das geht beim Sodbrennen los und endet damit dass der Mageninhalt wieder die Speiseröhre raufgeht und einen sauren Geschmack im Mund verursacht. Wenn die Magensäure die Speiseröhre raufsteigt, dann ist das neben Rauchen und Alkohol einer der größten Risikofaktoren für Speiseröhrenkrebs. Denn die Magensäure verätzt die Schleimhaut der Speiseröhre und verursacht dabei eben auch Entzündungen. Wer das Video zu den Entzündungen noch nicht gesehen hat, sollte sich an dieser Stelle das unbedingt auch mal reinziehen. Das bedeutet wir sollten ein großes Interesse daran haben, dieses Hochsteigen der Magensäure zu verhindern. Wie viele Betroffene gibt es bezüglich dieses Säurereflux denn eigentlich? Man schätzt ca. 28% der Amerikaner, also jeder 4. leidet an wöchentlichen Sodbrennen und oder saurem Aufstoßen. Die Quelle ist das Buch Dr. Michael Greger – How Not To Die. Dagegen sind es bei den Asiaten nur 5%. Aufgrund dieser Unterschiedlichkeit hat man einen Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Ernährung vermutet und laut Dr. Michael Greger sind 45 Studien in den letzten 20 Jahren zum Thema Säurereflux, Ernährung und entsprechend den damit assoziierten Speiseröhrenkrebs gemacht wurden. Dabei hat man festgestellt, dass rotes Fleisch und fettreiche Mahlzeiten besonders mit Speiseröhrenkrebs assoziiert sind. Während Weißfleisch eben mit der Krebsbildung im Übergang zum Magen assoziiert ist, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, Bauchspeicheldrüsenkrebs war das Thema des Videos, ist das eben bei dem roten Fleisch eher die Speiseröhre. Aber warum ist das so, warum führen vor allem fettreiche Speisen zu Soddrennen und dem Säurereflux? Circa 5 Minuten nach dem Verzehr von viel Fett entspannt sich der Schließmuskel am Mageneingang, der quasi dafür sorgt dass der Mageninhalt im Magen bleibt und alles cool ist. Durch das Entspannen kann aber dann eben die Magensäure in die Speiseröhre zurückfließen. Also viel Fett ist gleich viel Entspannung an dem Muskel und das ist halt die Quintessenz. Dafür auch verantwortlich ist laut einer Studie aber eben auch das Hormon Cholecystokinin, was sowohl durch Fleisch und auch durch Eier freigesetzt wird und eben dann auch den Schließmuskel entspannt. Das erklärt dann eben auch dass fettreich essende Vegetarier trotzdem ein verringerndes Risiko bezüglich Speiseröhrenentzündung haben, obwohl der Säurereflux gefördert wird. Aber es gibt eben 2 Kernpunkte die man bisher herausgefunden hat für das Sodbrennen. Fettarm und Verzicht auf Fleisch. Zu viel Fett ist generell ein ganz großes Krebsrisiko. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht. Ich weiß das hören viele nicht gerne gerade die Anhänger von ketogenen Ernährungsformen. Aber es gibt auch Körper die können Fett etwas besser vertragen. Nun werden einige sagen aber es gibt doch Medikamente gegen Sodbrennen. Abgesehen davon dass der Denker in mir es nicht besonders klug empfindet die Symptome zu bekämpfen und nicht die Ursache, so können diese Medikamente laut einer Studie zu Nährstoffmangel, einem erhöhten Risiko für Infektion und eine größere Chance auf Lungenentzündung führen. Das sinnvollste ist eine natürliche artgerechte Ernährung die ganz automatisch dafür sorgt dass die Magensäure im Magen bleibt. Eine weitere Studie in dem Zusammenhang hat sogar mit Zahlen belegt wie eine pflanzliche Ernährung gegen Speiseröhrenkrebs wirkt. Konkret halbiert sich das Risiko bei einer antioxidantienreichen Kost Speiseröhrenkrebs zu bekommen. Vor allem Rotes, Oranges und Dunkelgrünes Blattgemüse sind da besonders wichtig. Weil Sodbrennen ist nichts einfach nur unangenehmes, sondern ein krebskatalysierendes Symptom. Deswegen ist es auch wichtig gewesen heute mal ein Video darüber zu machen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und weiter auf dem aktuellen Stand bleiben wollt dann könnt ihr das gleich nachholen und ich freue mich natürlich immer über Feedback per Daumen oder per Kommentar. Alles Liebe Euer Christian. Die Technologien Die Technologien